Drago-Gran wird richtiger Schmutz. Okay, wir wollen mal sichern. Hier ist alles ready. Jo. Okay. Let's give it a try. Hyperstrahl wäre richtiger Scheiß. Drachenwut ist noch okay. Silberblick ist besser. Ah, okay. Mach mal Bodyslam. Knall das Ding weg. Level Up ist richtiger Schmutz. Ah, nee. Jetzt muss ich versuchen. Es reicht nicht. Und selbst gefinished. Okay, alles klar. Ah. Okay, vielleicht versuche ich, Garados schnellstmöglich rauszunehmen und bei dem Drago-Nir-Schwert anzumachen. Es scheint ja öfter Agilität zu nutzen. Ich muss mal schauen, wie viel Schaden Bodyslam ohne einen Boost macht. Das ist nicht so viel. Und er spammt. Ja. Motherfucking. Ja. Naja, das ist zu wenig. Also wenigstens ein Schwertanz wäre schon geil. Macht aber auch immer Drachen. Kannst du nicht mal Silberblick oder so einen Schmutz machen? Paralysiert ist gut. Hyperstrahl ist nicht gut. Ach. Mach doch mal Silberblick. Oder Biss. Biss ist auch noch in Ordnung, solange es kein Crit ist. D-Hyperstrahl. Das ist ja wunderbar. Okay. Zwei, drei. Vier, vier. Okay, wir probieren uns... Dein Ernst? Die ganze Zeit machst du motherfucking Agilität. Und jetzt, wo ich völlig vorbereitet war, machst du Hyperstrahl? Are you serious? Fuck you. Okay. Let's try it again. Okay, einmal Schwertanz. Und dann müssen wir versuchen. Silberblicke. Wunderbar. Ähm. Eine Parahydropumpe Fail. Geil. Okay, wir haben unser Level Up. Wir machen nochmal... Zweite Mal... Hyperstrahl ist. Und dennoch Volltreffer. Hm. Why? Mach doch einfach motherfucking Agilität. Und dann ist die Welt in Ordnung. So, bitte nochmal Silberblick. Danke. Wonderful. Paralysiert. Silberblick. Wunderbar. Okay. Let's do it. Schwertanz. Nummer zwei. Sehr gut. Hyperstrahl ist... Warum? Warum? Lass mich doch wenigstens meine drei Schwerttänze machen. Wenigstens das. Das wäre nett. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal so viel Glück haben. Silberblick. Okay. I take it. Volltreffer ist nicht so cool. Paralysiert. Silberblick. Ohohoho. Okay. Dragonia. Spiel jetzt einfach mit. Mach jetzt einfach Drecksagilität. Zwei. Drachenwut. Okay. Hyperstrahl. Nicht okay. Gar nicht okay. Ach. Komm schon. Bitte. Gerados macht so gute Arbeit gerade. Mach es nicht kaputt. Bitte. Bitte. Ah. Bitte. Ah. Ah. Puh. Okay. Kein Problem. Ich bin die Ruhe selbst. Viel schlimmer ist eigentlich, dass ich keinen Kaffee mehr habe. Ich habe vergessen, mir noch einen Kaffee zu machen. Natürlich. Why not? Bla, 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 bla. Bum, di, du, di, du, di, dai. na klar ich sehe schon das wird hier länger dauern natürlich haben wir überlebt gar kein problem der spiegel den dauerkinder nicht die 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 spielt doch einfach mal mit lasst mich in ruhe vorbereiten damit ich zum ende komme ok no problem hello please be kind ok das überblick paralysiert full power nice ok so bitte spiel mit damit kann ich leben ich habe ein bisschen angst wir machen es mal so bitte spiel mit danke es überlebt natürlich es überlebt ok so gerade aus mein freund ich habe überlebt kein problem mit krieg den weg so kein ding dragonier spielt mit oder auch nicht sein können ok no problem ok ok ich will keine sonderbonbons schlucken das geht auch so fehl doch einfach mit einer dreckigen hydropumpe junge ok porrenta was machen die nun mit dir natürlich ja ist ok So, jetzt spiel einfach mit. Okay, komm. Ja, komm. Leck mich. Okay. Bitte. Bitte spiel doch einfach mit. Oh, es war jetzt alles so entspannt mit Porenta. Und nun? Wollen die nicht so, wie ich das gerne möchte? Das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Ja. Ho, überlebt mit einem Easy. Und jetzt weep ich. Okay, alles klar. Alles klar. Oh, ich will keine Sonderbonbons schlucken. Ich mach's jetzt einfach mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich spare mir mal einen auf. Let's see. Einmal. Okay. Bitte spielen wir jetzt. Das nicht mitspielen. Ich glaube, die machen's auch nicht besser. Die machen's auch nicht besser. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nein. Hebe ich mir mal auf. Oh, bitte, Siegfried. Sei nett. Das ist nicht nett. Hyperstrahl ist völlig unnett. Hyperstrahl ist so unnett. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Eins, zwei, drei. Komm, sei dabei. Bam, bam, bada. Mach doch mal Silberblick. Oh, Hydropumpe fail. Das ist natürlich auch nett. Suboptimal. Bitte, Agilität. Das ist nicht Agilität. Bitte, Agilität. Danke. Okay. Okay. Ich hab Angst. Es reicht nicht. Okay. Eins, zwei, drei. De, 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 de. So, Garados, mein Freund. Wie wär's denn mit zweimal Silberblick oder so'n Scheiß? Hydropumpe fail ist auch in Ordnung. Und jetzt machst du bitte Silberblick. Oder bist Fullpara, das ist noch besser. So. Agilität. Dragonia. Agilität. So ein Scheißwort. Das ist keine Agilität, was du da machst. Schmutz. Agilität, Dragonia. Danke. Und... Okay. Okay. Agilität. Ich brauch's einfach. Vielleicht jetzt. Volltreffer. Warum? Warum machst du einen verfickten Volltreffer, du scheiß Ente? Paralysiert Fullpara. So ein Glück für dich, du dreckige Ente. Ehrlich. Warum machst du Volltreffer? Ich fass es nicht. Ach. Das kann doch nicht wahr sein. Warum machst du motherfucking Volltreffer? Es ist unbelievable. Einmal. Sehr gut. Nicht so gut. Agilität, Dragonia. Das ist keine Agilität, was du da machst. Du Abfall. Agilität. Das ist keine Agilität. Eins. Zwei. Drei. So, Garados. Hydro-Pumpe-Fail. Silberblick. Sowas in der Richtung. Das ist... Schmutz, was du da machst. Das ist... Richtiger Abfall. Ah. Okay. Alles klar. Wann bin ich hier durch? Wann? Bitte. Lieber Siegfried. Sei doch so gütig. Was ist, wenn ich denn eigentlich fliegen mache? Ich habe noch gar nicht... Okay, das ist völlig irrelevant, glaube ich. Jo, alles klar. Why not? Würde ich auch so machen. Da kann ich ihm ja nicht mal böse sein. Gut, aber fliegen hat jetzt auch nicht viel mehr Schaden gemacht. Ähm... Einmal. Ach man. Ähm... 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 Brr grrrr... Das wird so nichts. Du kleiner... Wicht. Din... Din... Natürlich. Why not. Why not. Din... 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 Was ich mal... Wie viel Schaden macht denn eigentlich Fliegen an so einem Dragonier? Ich weiß gar nicht. Macht Fliegen... Hat es einen höheren Base-Schan als Bollyslam? Ich glaube schon, ne? Hat es 100? Ich weiß gar nicht. Ähm, ich mach jetzt hier trotzdem bei ihm... Body-Slam... Okay... I hate it... Ähm, okay... Es würde mich wirklich mal interessieren... 1, 2, 3... So Siegfried... Können wir jetzt hier mal zum Ende kommen? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon dran rumprobiere... Locker 15 Minuten, oder? Einmal... Ja, alter... Ja... Bitte... Junge... So... Ich schluck jetzt hier die Sonderbombe aus... 1... 2... 3... Und speichere hier jetzt... Ist mir völlig scheißegal... 1 hebe ich mir auf... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... neigt sich meine Geduld dem Ende entgegen. Fuck you. Alter. Danke. Danke. Und jetzt bitte Fullpara. Natürlich mit einem verfickten Hyperstrahl und dennoch ein Crit. Oh, du dreckiges Abschaum. Ehrlich. Ich flippe. Ich glaube, so einen dreckigen Scheiß-Run mit Carpador oder Abra würde ich niemals, never ever verkraften. Nie. Ja, komm. Fuck you. Ja. Ja. Na klar. So, jetzt Fullpara. Natürlich nicht, fuck you. Ich hasse dich. Ich hasse euch alle, ihr dreckigen Scheiß- Drachen. Du dreckiger Scheiß-Siegfried. Warum hast du nicht eher so die KI von, ich weiß nicht, Bruno? Oder Pyro? Oh, das wäre ein Traum. Ja. Why not? Oh, fuck you. Komm, Alter. Ich möchte doch einfach nur an dir mal jetzt langsam vorbei, ey. Einmal. Einmal. Ey. Es ist so absoluter Schmutz, das kannst du vergessen, ey. Weil ich glaube, gegen unseren Rivalen wird es nicht so schwer. Bedingt dadurch, dass ich gegen Taubos ziemlich gut mich vorbereiten kann. Ja, fuck you. Aber ich muss erstmal an diesen dreckigen Scheiß-Siegfried vorbei. Es ist so absoluter Schmutz. Ehrlich. Boah. Meine Geduld neigt sich dem Ende entgegen. Mach doch einfach mal jetzt hier wieder Silberblick oder so und Scheiß, was soll denn, bitte? So, jetzt mal Agilität, du Wohlstands I have to breathe deep and slowly Kein Problem. Ich bin entspannt. Ich bin die Ruhe selbst. Ich stelle mir vor, ich sitze am Strand. am Meer. Ich höre Meeresrauschen. Es beruhigt. Ungemein. Ja, gar kein Problem für mich. So, Siegfried. Wie wär's, wenn du mal langsam mitspielen würdest? Was mach ich? Ich mach Müll, weil ich zornig werde und langsam die Geduld verliere. Siegfried, mein Freund. Glaubst du nicht, es wäre langsam an der Zeit, dass du Scheiße spielst? So absoluten Schmutz? Das ist kein Schmutz, was du da machst. Das ist absoluter Abfall. So, Dragonier, jetzt mach doch mal Agilität. Oh, ja, weinut. Easy. So, Dragonier, mach doch mal Agilität. Das ist keine Agilität, was du da machst. Oh, Alter. Ich flippe aus, Junge. Ich flippe. Bitte, Siegfried, lass es uns jetzt mal endlich beenden. Ach. Ich raste aus. Siegfried, bitte. Ich hab langsam keine Geduld mehr. Ich kann deine hässliche Fresse nicht mehr sehen und die deiner hässlichen Pokémon sowieso nicht. Überstrahl, ja, klar. Hau rein, Digga. Jo, kein Ding. Tank ich wie ein Boss. Drachenwut, kein Ding. Hier, stirb du, dreckiger Lutscher. Jo, fuck you. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Puh. Oh. Sag mal, kann der überhaupt noch Silberblick? ich hab ihn das schon seit ungefähr zehn Minuten nicht mehr machen sehen. Das gibt's doch nicht. Am Anfang hat er die ganze Zeit mit Silberblick und so'n Scheiß gefailt und nun nicht ein einziges Mal. Was soll die Pisse? Komm, Garados. Da, Silberblick. Wow. Richtiger Schmutz hier. Ja. Fick dich, du dreckiges Dragonier. Ja, ist mir völlig egal. Ja, ich brauch motherfucking Agilität. Ich outspeede sonst nicht ein Roter Tü. Boah, Alter. Das kann nicht wahr sein. Was war's? Ich spamm jetzt hier einfach durch und dann fick ich dieses hässliche Scheiß Garados. So, jetzt machst du hier gefälligst Agilität. Das ist keine Agilität, du dreckiges Scheiß. Ich drücke jetzt hier einfach durch. Ist mir völlig scheißegal. Es überlebt natürlich. Überstrahlt Fail. Easy. So, Dragoran. Und ist es dein Ernst, Alter? Ich habe jetzt einfach durchgedrückt vor lauter Sorn. Und damit habe ich's. Ich kann es nicht glauben. Ich bin an Secret vorbei. Alter. Alter. Es ist unfassbar. Unfassbar. So, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen entspannend.